Shit. Gib mir eine Sekunde. Ich muss noch mal ganz kurz rein. Ich hab eine Sache vergessen. Denn ich weiß ganz genau, was passieren wird. Jo, wir sind wieder da. Doch kein Bock auf Monster jagen. Gib mal lieber nen Humpen. Kommt, lasst euch nicht lumpen. Rückt rüber mit dem Humpen. Das Bier, das will ich pumpen. Hier liegen viele Stumpen. Ich kann das ganze Dach so weitermachen. So. Ich gehe meine Runden. Das reimt sich nicht wirklich. Warte mal, ne. Wo war das? Alte Zeitung? Ne, das da. Genau das suche ich. Zerfetzte Schriftrolle. Ich muss es mir noch aufschreiben. Ganz kurz. So. Also. Nira. Berserkerin. Seelenrubin. Räuben. Seelenräuben. Desus. Kleriker. Seelen-Saphir. Seelenrubin. Seelen-Saphir. Beelin. I-Illusionistin. Seelen-Arme-Tüste. Seelen-Armen-Tüste. So. Der vierte Held hat aber keinen Namen, ne? Der vierte Held. Ich gucke nur ganz kurz. Drei Namen kennen wir. Durchbohrt den großen Schatten mit Licht. Gut. So, das wollte ich nochmal schnell gucken, weil... Weil draußen steht ja der Typ, der macht ja gleich so ein Quiz. Deswegen halte ich es für sehr gut, dass wir vorher vielleicht doch nochmal geguckt haben gerade. So, hätte ich mir direkt aufschreiben sollen. Lasst euch bloß nicht fressen! Keine Sorge! Machen wir nicht! Ach ich mag den Ducky. Ich mag viel hier. Sooo, dann haben wir das auch. Da-da-dam-da-dam-da-dam-da-da-da-da-da-da-da-da-dam-pam-pam-pam-pam-pam-pam. Rumpumpumpam. Den habe ich nämlich ganz vergessen hier. Seht ihr? Ich warnte euch sie zu meiden, denn das Grauen wird euch im Gedächtnis verbleiben. Meiden? Was meiden? Ja, ja. Er ist einer von... Können wir das Rätsel bitte noch mal hören? Es soll drei von Ihnen geben. Helden, längst tot. Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Wie lauten Ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not? Na, sowas. Aber... Antworten, ja. Bereit zu antworten? Ja. Ich sage es gern noch mal. Ja, ich bin doch bereit. Es soll drei von Ihnen geben. Ja, ich will... Ich will antworten. Helden, längst tot. Aber ich hab doch die Antwort. Ihr müsst nicht... Geformt zu Seelenjuwelen. Blau, violett und rot. Ja. Wie lauten Ihre Namen? Fürchtet der Täuschung Not? Die Namen lauten? Äh, hier. Das hätte ich mir auch so merken können. Die Antwort lautet Nira, Desis und Belin. Ihr habt das Rätsel gelöst. Euer Preis? Ein Hinweis. Lauscht auf. Um zu bestechen den tödlichen Troll und Holz, müsst ihr zahlen vier Münzen aus Gold. Das sind drei? Vier Münzen. Verstanden. Aber... Achso. Noch etwas. Für des Verses Löse gibt es von mir noch einen klimpernden Lohn. Ach, da ist die Münze. Ja, nehm ich... Nehm ich gerne mit. Wer es findet, darf es behalten. Ja, nehm ich gerne mit. Danke. Leider nur eine. Keine 10.000, die wir brauchen. Okay, gut. Ähm... Ich dachte, das Ding kostet drei Münzen. Das Trollding. Oder sind die Preise gestiegen in letzter Zeit? Vielleicht hohe Nachfrage und so? So. Gut, gut, gut. Da ist unser Freund. War ich ein Seelenjuwel im Plattenladen? Ja, doch. Das kostet aber 10.000 Gold. Wie lange denn das schon her ist? Hast du 10.000 Gold? Ich glaube nicht, dass du 10.000 Gold hast. Wir brauchen erstmal das Trollpulver. Der Troll hat bestimmt 10.000 Gold in seinem Inventar. Aber den müssen wir entweder besiegen oder mit Cleverness betüren. Hallo, hallo, werte Magierin. Wie ist es euch ergangen? Die Straßen waren einst voller Menschen. Danke für das Gespräch. Das ist sehr liebreizend. So. Hier, drei Gold steht doch da, oder? Sehr freundlicher Troll. Das würde ich gerne sehen. Habe ich doch gesagt. Drei Gold, nicht vier. Dann kaufe ich den mal. Besprechen. Also ist da ganz bestimmt ein Troll bei der östlichen Brücke. Was? Denkst du, wir können einen Troll besiegen? Ja, könnte sein. Na dann, äh. Drei Gold, bitte. Jetzt haben wir nur noch ein Gold. Dialog freigeschaltet mit dem Troll bestimmt, ne? Äh, hier. Warum kostet der 10.000 Gold? War ich zu großzügig? Er kostete ursprünglich 20.000, aber... Nein, ich meine... Vergesst es. Vielleicht können wir mit ihr ja handeln. Wir feilschen mal. Würdet ihr erwägen, uns den Saphir zu geben? Für meine Hand in der Ehe? Für ein Gold, umsonst. Für meine Hand in der Ehe. Ich, ähm... Ich meine, wir sind hier natürlich im Rollenspiel, nicht wahr? Weißt du was? Es ist halt ne... Ja, ich... Ja. Wenn ich das halt nicht mache... Dann werde ich wahrscheinlich auf den nächsten Games kommen oder den nächsten Treffen werde ich wahrscheinlich von Life is Strange Fans einfach geschächtet. Ich werde irgendwo aufgeknüpft und geschächtet. Der Brustkasten wird aufgespreizt. Das Herz wird in einem Ritual verzehrt, damit man sieht, dass ich keins mehr habe. Ich muss also, ich werde, ich fühle mich gezwungen. Ich würde alles andere, aber ich kann auch und ich finde es auch gar nicht so unlustig. Komm, wir machen mal. Im Austausch für etwas sehr viel Wertvolleres. Meine Hand in der Ehe. Mit allen verbundenen Vorteilen. Und ihr solltet wissen, ich würde es nicht anbieten, wenn ich es nicht meinte. Äh, ich meine... Oh Mann! Ihr seid ja voll drin! Zu behaupten, ich sei nicht versucht, wäre gelogen. Aber ich kann das leider nicht annehmen. Vorerst. Die kennen sich ja auch gar nicht eigentlich. Wir brauchen den Saphir unverzüglich für unsere Quest, das Zeitalter der Monster zu beenden. Ich hörte von einem magischen Fisch. Der Legende nach lebte er im Fluss der Sorgen. Wenn ihr mir eine seiner Schuppen bringt, erhaltet ihr von mir den Saphir als Belohnung. Nehmen, Quest! Na gut, das ist ein sehr schöner Seelen-Saphir. Dafür kommen wir dann wohl zurück. Das glaube ich aber auch. Ansonsten, wir haben ein Gold übrig. Ich frage mich. Schriftreiter der Heilung. Des Vorteils. Da haben wir schon ein paar Heilungen haben wir auch. Gewandtheit. Die kosten alle nur ein Gold. Ich würde die am liebsten alle kaufen. Aber dafür brauchen wir noch zwei weitere Gold. Mal schauen. Das mit der Hand... Ich bin immer noch unsicher, ob das eine gute Idee war gerade. Aber wir lassen die Dinge mal sich entwickeln. Ja, ich... Ich misch mich da nicht ein. Ich bin nur der Spieler. Wer bin ich schon, dass ich dem Schicksal sage, was es zu tun hat? So, tschau. Aber eigentlich steht sie auf Ryan. Denk an die Schächtung, Kronk. Denk an die Schächtung. So. Gut. Ja, aber trotzdem cool. Das zu sagen, meine ich. So. Und das mit dem Zwinkern war auch nice. Ein Leben ohne Monster. Wir müssen immer noch diese magische Fischschuppe für Steph finden. Ja, und wo gibt's denn Fischschuppen? Hm? Ach, warte mal. Wo gibt's denn... Also wir können jetzt zum Troll gehen. Oder... Also wir brauchen den Saphir ja sowieso. Also gehe ich erstmal da hinten hin. Bevor wir jetzt den ganzen Weg zurückgehen zum Steg. Wo wir die erste Schriftrolle... Ich frage mich, was wir bei der Brücke der Blumen finden. Ja, das freut mich halt auch, ne? Ja, klar. So, hier erstmal gucken. Hier ist nischt. Und hier hinten in der Seitengasse waren wir auch noch nicht... ...drin. Oh nein. Oh nein. Das Pulver! Schnell! Hier! Trollstaub! Bestäubte Trolle werden überaus freundlich. Eine Prise pro Troll. Mag das ja nicht! Besucher! Ich liebe Besucher! Kann ich euch etwas bringen? Ein Glas Sumpfwasser? Schneckenchips? Wie wär's mit dem Juwel? In deinem Gürtel? Ah! Voll cool! Sonst noch was? Äh... Hilfe uns auf unserer Mission! Der wird doch überaus freundlich, oder? Sag was Nettes! Ich frag mal! Wir sind auf einer Quest! Kannst du uns vielleicht irgendwie helfen? Hm... Ich könnte euch beibringen, zu kämpfen wie ich. Hm? Bitteschön! Nice! Oh! New Skill! Sag mal her! Neue Fertigkeit! Zorniger Schlag! Drei Schaden! Kann nur einmal pro Kampf eingesetzt werden! Voll cool! Hehehehe! Das war einfach! Hehehehe! Hehehehe! Oh! Na hier noch! Sag doch etwas Nettes! Sag doch etwas Nettes! Über uns beide! Hehehehe! Du tust alles, was du tust, mit viel Bedacht und größter Sorgfalt! Ja! Und du? Sie ist tief in die Herzen der Menschen! Doch das hält dich nicht davon ab, an sie zu glauben! Oh! Der ist es! Ich schippe die beiden! Der Troll ist ein Emo! Hehehehe! Genau! Ah! Das ist alles, was wir brauchen, oder? Kommt gern wieder vorbei! Jederzeit! Wir brauchen nur noch ein Juwel! Fast geschafft! Okay! Der Troll war furchteinflüssend! Gebe ich zu! Hehehe! Ist doch keine Schande! Nur eine Tatsache! Selbst nachdem du den Staub benutzt hast, hat er mir Angst gemacht! Wes? Okay! Ja! Muss aber nicht haben! Das war ja Ryan! Ist das hier Blut? Ne ne! Das ist einfach auch Wässerchen! So! Ich fand den Troll erstaunlich nett und tiefgründig auch! Und die Aussage fand ich voll lieb! Schwierig, schwierig! Wie soll man sich denn da entscheiden? Wärst du lieber furchteinflößend oder gutaussehend? Bin ganz ehrlich! Lieber... Ah! Gutaussehend denke ich! Ja! Ich auch! Das ist so eine menschliche Schwäche! Ja! Ich glaube man will lieber gemocht werden, als dass Leute Angst vor einem haben! Glaube ich! Oder? Also... Denke ich mir, dass das normalerweise so ist! Und ich glaube auch, dass es gut aussehende Menschen generell leichter haben im Leben? Fragezeichen! Ja! Wir müssen immer noch diese magische Fischschuppe fest erfinden! Ja! Oh ne Monster! Oh ne Monster! Hm! Die Gasse führt zum Fluss! Ja! Und im Fluss leben Fische! Genauestens! Hallo ihr Lieben! Oh nein! Der arme Mann! Ein Schild! Oha! Was ist hier los? Vorsicht vor dem Flussmonster! Pff! Oh weee! Das Flussmonster! Hm! Die Schlange! Eine A-Schlange? Sieht so aus! Soll wir jetzt... Ah! Mist! Da gab's doch was! Gegen die Schlange gab's doch noch was! Shit! Haben wir aber nicht geholt, ne? Ist es nicht wert? Sie ist niedlich! Ja guck mal hier! Oder? Hat es nicht verdient? Ja! Ach ja das Pulver jetzt auch vorne dran! Wie cool! Ist es nicht wert? Hat es nicht verdient? Ja hier! Ich fühl halt mit ihr! Sie lebt nur so vor sich hin! Als Schlange! Sie frisst Menschen! Sie wird angreifen! Was sollen wir jetzt tun? Die Glocke! Doch die haben wir ja! Stimmt das war das! Ja! Schnell! Cool! Die Schlangenglocke! Schlangen in Hörweite schlafen sofort ein! Die war das! Ja genau! Tun wir so als wäre es ein tiefes Geräusch! Schlangenohren sind im Gehörgang! Sie hören also nichts über... Nice! Wie alle Monster spielt! Guck mal! Guck mal wie süß der Ryan ist! Wat für'n Suiten! Oh und schon wieder Skill! Sehr gut! Horridis Harmony! Oh nice! Auch ein Dreierangriff! Oh schön! Drei Schaden! Aber brauchen wir die überhaupt alle? Wir bekämpfen die gerade alle irgendwie so ne? Eine Box! Mit einem Juwel! Aber... Ach eine Schuppe! Ich hab die Fischschuppe! Gehen wir zurück und tauschen sie gegen den Seelensaphir ein! Ja! War echt schlau von dir die Glocke einzusetzen! Hat gut geklappt! Oder? Ja vielen Dank! Und... Das Tor ist übrigens zu! Ich weiß immer noch nicht genau was sie damit auf sich hat! Guck mal hier! Hier! Ich kann's kaum erwarten Monster mit meiner hypnotischen Musik zu lähmen! So! Hier! Hypnotische Fuge! Gegner kann sich eine Runde lang nicht bewegen! Voll gut! Haben wir jetzt auch! Aber ich fürchte halt wir werden's nie einsetzen! Oh das Zelt ist weg! Ich... Ich hoffe doch vorher das Zelt ist... Wurde der... Verscheucht oder? Das ist nicht das Zelt ne? Spams! Leute helft uns! Ach er liegt da noch! Weißt du noch als du Mitleid mit der Schlange hattest? Ja! Jedes dieser Monster tötet regelmäßig Menschen! Weißt du? Wir dürfen nicht zu weich werden! Ah! Okay! Ja du hast schon recht! Aber die Frage ist halt warum tun sie das? Das tun sie ja nicht unbedingt aus Boshaftigkeit! Oh noch ne Schriftrolle! Oh nice! Ja nehm ich mit! Und her mit der nächsten Schriftrolle! Junge 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 Junge! Langsam kann man selber nen Zauberladen eröffnen! Hier gehts nicht hoch ne? Ne! Hier war auch ein schönes Versteck gewesen! Oder hier! Aber das hätten wir von der anderen Seite wahrscheinlich gesehen! So! Zum Glück hatten wir die Glocke! Ich hatte da wirklich vergessen was das nochmal war! Was die äh zum einschlafen bringt die Schlange! Warte mal! So! Okay! Wir haben die Flussschlange besiegt! Mhm! Hab dann! Achso! Ach redet mit denen! Mist! Ich dachte der redet wieder mit uns! Man weiß es halt nie so genau! Gut! Dann müssen wir jetzt zurück! Wir haben bis jetzt noch keinen... Noch keinen richtigen Kampf gehabt außer gegen den Wolf! So! Dann... Tauschen wir mal eben schnell die Schuppe gegen... ... ... ... ... ... ... Hallo, hallo! Seid abermals gegrüßt! O Hüterin der Weisheit! Der Mythen und Legenden! Wohlan! Ich tausche euren Saphir gegen unsere Fischschuppe! Eine magische Fischschuppe! Beeindruckend! Nun... Hier ist mein Teil der Abmachung! Wow! Wir haben endlich alle drei! Wir können zurück zum König! Ja! Ja, weißt du? Wir haben noch Gold übrig! Ich kauf einfach nochmal... ...neine Schriftrolle des Vorteils hier! Die Schriftrolle des Vorteils überspringt also den Zug des Gegners! Meine hypnotische Fuge tut das im Prinzip doch auch! Ja! Aber die Fuge nimmt deinen Zug in Anspruch! Also kannst du nicht angreifen! Hm! Die Schriftrolle ist um einige stärker! Okay, das finde ich gut! Und die Heilung? Also... Kann ich mit meiner Musik schon heilen? Ja! Aber die Schriftrolle heilt uns komplett! Und sie heilt auch noch Vergiftungen und so! Ah, ist eine Komplettheilung! Okay, cool! Danke dir! Und die Gewandtheit? Wir haben bereits einige davon, oder? Ja! Cool! Danke! Dann nehme ich... Ich nehme trotzdem nie des Vorteils! Ein Gold, bitte! Gerne, gerne! Ich würde gerne noch zwei Gold finden, um alles zu kaufen hier! Wir haben noch ein Gold übrig! Oh! Dann nehme ich mal die der Heilung noch mit! Ein Gold, bitte! Ja, wunderbar! Und dann ist die Frage, kann ich die auch ohne Gold kaufen? Dafür müssen wir erst noch mehr Münzen finden! Wo könnte die letzte Münze sein? Eine gibt es noch! Ich habe das Gefühl, wir haben sie nicht gefunden! Könnte sie vielleicht im Plattenladen selbst sein? Ich weiß nicht! Egal... La-da-dam-da-da-dam-da-da-da-dap-da! Ich bin ganz ehrlich, von mir aus... ... könnten die auch ein Spiel rausbringen? Deck 9 oder so, was nur LARP ist. So ein Rollenspiel, aber als LARP. Mit ein paar coolen Effekten und sowas. Das ist irgendwie auch cool. Mit so Special Angriffen, pipapo. So ein bisschen wie South Park, nur halt wirklich so als LARP-Version. Weißt du, was ich meine? Und nicht unbedingt die South Park, äh, äh, der South Park-Stil. Aber irgendwie macht das Spaß. Ist jetzt hier nicht sonderlich komplex, aber es gibt dann Möglichkeiten für Nebenaufgaben und so weiter, oder? Ach, die beiden. Ja, Mann. Ja, Mann, gib! Lass mich probieren. Ich teste das für euch. Kinderschokolade, Eiscreme-Kuchen. Mit Maßriegel. Zwischenetage. So, noch eine Schriftrolle. Ach, ich wette, die können wir einsetzen. Na klar. Scroll of the League, noch eine. Cool. Wie wurden diese Schriftrollen so ordentlich gebunden? Voll, oder? Da hat sich offenbar jemand Mühe gegeben. Es war offenbar jemandem wichtig. Stich. 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 Ähm. Okay. Und was hast du vor, Thanos? Ähm. 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 Und andere. Seid wachsam. Klingt gefährlich. Wie wär's mit einem Drachen? Mit einem Schatz aus Süßigkeiten, Schokomünzen, Zuckerperlen, Fruchtgummi-Juwelen. Voll aufwendig, aber voll geil. Gib mir das. Ich teste das. Ja, das gefällt mir. Voll geil. Pfefferminz-Schoko-Chip für den Drachen. Mit Feuerzimtsüßigkeiten obendrauf. Ja, gib mir das. Red nicht darüber. Mach es. Ein Feuerwerk großartiger Idee. Oh. Ich werde Produkttester für Eis so. Ja, lieber nicht. Wer weiß, was man da essen muss. Warte mal. Waren wir hier überhaupt schon? Gibt's hier noch eine Münze irgendwo? Ich suche noch die letzte Münze. Bestimmt am Fluss. Hier, wo wir Feiner das erste Mal trafen nach dem großen Unglück, wäre ein schöner Ort für eine Münze gewesen. Naja. Offenbar nicht. Da liegt noch der Dollar. Ähm. Ähm. Oh mein Gott. Das ist meine Mom. Was? Phaenor. Der Monsterjäger. Ihr seid endlich gekommen. Erinnert ihr euch an mich von euren vergangenen Abenteuern? Du bist Noteria. Der Waldgeist. Ihr habt eure Quest gut gemeistert. Der Wald ist beeindruckt. Er hält eine Belohnung für euch bereit. Seht nur. Dort. Was ist das? Was ist das? Oh. Wie cool. Das Himmelsschwert. Das Himmelsschwert der Macht. Es ist genauso wie in meinen Comics. Es hat den Knauf. Und den gleichen Griff. Und diesen Teil für die Juwelen. Wie haben sie das gemacht? Voll cool. Kann ich es wirklich nehmen? Na klar. Setze es für Gutes ein. Ja. Das ist immer gut. Aber setze es bitte nur für Gutes ein. Um anderen zu helfen und so. Okay. Und schmeiß am Plastikschwert nicht einfach in den Park. Hä? Wie cool, dass einfach alles gemacht ist, Mann. Wieso habe ich meine Kindheit nicht da verbracht? Boah, voll nice. Boah, voll nice.